Liebe Eltern, wir gratulieren zu Ihrer Schwangerschaft. Das Wohl Ihres Babys ist uns ein großes Anliegen. Rund um die Geburt erhalten Sie viele Informationen, die im Rahmen des glücklichen Ereignisses dann oft nur schwer zu merken sind. Deshalb möchten wir Sie noch während der Schwangerschaft über ein besonders wichtiges Thema zur Sicherheit Ihres Babys nach der Geburt informieren. Unmittelbar nach der Geburt wird das sogenannte Bonding zwischen Mutter und Kind durchgeführt, wenn beide wohl auf sind. Das bedeutet, das Baby wird von der Hebame mit direktem Hautkontakt zur Mutter an die Brust gelegt. Mutter und Kind können sich das erste Mal kennenlernen. Das ist ein sehr schönes Ereignis. Um dieses Bonding sicher ohne Gefährdung des Kindes durchführen zu können, sind folgende Massnahmen wichtig. Das Baby muss in einer sicheren Position bei Ihnen liegen und die Atemwege müssen zu jeder Zeit frei sein, indem der Kopf auf der Seite liegt. Mund und Nase sind frei und unbedeckt. Der Kopf liegt schön gerade auf der Seite, also weder zu sehr nach vorne oder nach hinten gebeugt. Das Baby liegt mit der Brust auf Ihnen. Die Beine sollen angezogen sein. Die Hebame hilft Ihnen natürlich bei der Positionierung Ihres Kindes. Damit dem Baby schön warm ist, legen wir eine Decke über das Kind. Jetzt können Sie sich ganz auf Ihr Kind konzentrieren. Einfache Routineuntersuchungen können wir in dieser Position erledigen, sodass Sie nicht gestört werden. Bitte achten Sie darauf, beim Stillen und Bonding nicht einzuschlafen. Das gilt für Kreißsaal wie auch Wochenbettstation. Falls Sie müde sind und schlafen möchten, legen Sie das Baby bitte vorher in Rückenlage in sein eigenes Bettchen oder übergeben Sie es dem Personal. So wird verhindert, dass das Baby im Schlaf aus dem Bett fallen oder in der Atmung eingeschränkt werden könnte. Bitte legen Sie Ihr Baby nicht in Ihrem Bett zum Schlafen nieder. Die sichere Schlafposition für Ihr Baby ist die Rückenlage in seinem eigenen Bettchen neben Ihnen. All diese Maßnahmen sollen helfen, Ihren Aufenthalt nach dem aufregenden und glücklichen Ereignis der Geburt bei uns so sicher und angenehm wie möglich zu gestalten. Wenn Sie Fragen haben, melden Sie sich gerne jederzeit beim Personal. Vielen Dank.